Bevor wir zu den MMA, also den Mixed Martial Arts Kämpfen kommen, werden wir zwei K1 Kämpfe sehen, zwei Jugendkämpfe. K1 ist eine Wettkampfsportart, die sich aus den schlagenden Kampfgüsten zusammensetzt, gekämpft wird im Stand. Dritte Schläge, Knie sind überall hin erlaubt, Entschuldigung, ja und Ellbogen nicht. Wir haben zwei Kämpfe, der erste geht drei Runden, zwei Minuten, der zweite zwei Runden, zwei Minuten. Ich rufe in die schwarze Ecke Nico Schlenker. Vielen Dank. Ich rufe in die weiße Ecke Fabrizio Faldetta. Applaus 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 Begrüßt mit mir Nico Schlenker. Und in der Weißenecke, auch dieser Mann bestreitet heute hier seinen ersten Kampf im K1. Hat schon Erfahrung im Luther Livre, einer Bodenkampfsportart. Er kämpft für das Team Ball Terrier in Saarbrücken. Begrüßt mit mir Fabrizio Faldetta. Begrüßt mit mir. Begrüßt mit mir. Weiter. 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 Schön, die Stand. Oh. Genau. Oh. 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 Schön Luft. Wieder ran. Wieder langsam. Sieben. Leckung hoch. Schöne Eingang. Schöne Eingang. Die haben schön getroffen. Bereit die Vorschung. Sehr schön. Und weiter aufbauen. Gibt ein bisschen unter. Hände weg. Verlang. Genau nicht. Schönen. Vor. Vor. Applaus 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ja, ok, Pause. Das war zu viel, ich koste mehr Kraft, erwarte ich jetzt nur drauf, dass er stark reingehen kann. Bleib auf Distanz, mach lange Hände, bring das Ding in alle Ruhe nach Hause, wenn du siehst, bei ihm fehlt es einfach, die Deckung ist offen, weil er macht, hast du gesehen, da ist nur Rücksatzgang, nur Doppeldeckung, versuch einen kurzen Eingriff und das ist alles, mehr macht er nicht, okay, also du bist der absolute Heiler, ich bin komplett geflasht, vor allem wenn du links händen bist, das ist das Beste für dich, richtig gut, richtig gut, Kopf hoch, fünf atmen, Genau, Hände noch gut, nichts müde, ich bin ready, ich kippe dir jetzt sofort, noch ein Schluck Wasser, genau, genau, tief atmen, tief atmen, abgeben wir den Becken, noch ein Schluck Wasser, aber dann nehmen wir noch, können wir schauen, wenn er los, der Ante bestimmt ist, ready, guck mal wie lange die Pause draußen ist, wir sind schon fertig, alles gut. Okay, take it out. Fight! Konkreti, Kopf! Hände vorbereitet und dann kick. Langsam, sucht es aus, sucht es aus. Ja! allgemein, gut, gut, genau, richtig, genau so, zu weit. Macht zu, mach zu, immer wieder so, genau, zählt. Scheme raus, scheme raus. Ja, jetzt gibt es, jetzt gibt es, jetzt gibt es, jetzt gibt es, jetzt greift es noch her. Komm, fliege sie, und ruhig, und ruhig, und ruhig, und ruhig doch wieder ran. Lange Hände, lange Hände, Vollsistanz, komm wieder ran, bau auf, schlug der Stuhl, rückstanzig an. Sieger durch technisches K.O. in der zweiten Runde, die schwarze Ecke, Nico Schlenker. Applaus Merz, können wir mal noch Foto, die wollen noch. Applaus Merz. Ah. Merz. 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 Merz.